Ach, das ist ja interessant. Da muss man mal nachlesen, was die eigentlich gemacht haben. Ach Gott, da braucht man Geduld. Was macht er denn nun wieder? Na, es hat doch ein neues Jahr angefangen. Und da denkt er, da kann er gleich wieder Pause machen, wa? Ach, das ist ja auch ein schönes Thema. Siehste doch, er liest. Er liest? Neulich hat er gezählt und du liest doch auch noch. Werd' man nie komisch. Weiß ich genau, kannst du glauben, der liest im Neuheitenprospekt. Neuheiten-wat? Prospekt. Oh. Hier geht's ja los. Da kommen in diesem Jahr wieder neue Figuren raus. Das heißt, wir werden wieder mehr. Wie wieder mehr? Na, Figuren, wie du und ich. Werden mehr, Leute, so in klein. Na, na, na. Vorsicht, Keule, ich bin nicht klein. Auch schön. Kommt man da drauf? Jedenfalls gibt es neue Figuren. Große, wie wir. Und kleine, wie die anderen. Da müssen wir aber mal gut aufpassen, Keule. Das weiß ich, die anderen nicht so wichtig machen. Sonst haben wir hier nämlich bald nichts mehr zu melden. Ja, könnte man gleich wieder ein Diorama von bauen. Ja, kein V should. Ja, leider geht's. Wie geht's. Vielen Dank.